Vorhänge und Gardinen auf Maß haben zahlreiche Vorteile. Sie sind genau nach deinen Bedürfnissen gefertigt, sodass diese perfekt zu deinem Fenster passen. Bei uns kannst du aus vielen Vorhangstoffen wählen. Damit die Vorhänge richtig passen, beachte bitte das richtige Ausmessen. Miss zuerst die Schienenbreite respektive von wo bis wo deine Vorhänge hängen sollen. Miss dann die Vorhangshöhe von der Unterkante der Vorhangschiene bis zum gewünschten Ende. Gib deine Daten in der Bestellmaske unter Schienenbreite in Zentimeter und Höhe in Zentimeter ein. Alles weitere berechnen wir. Falls du ein Fenster hast, das nicht so einfach auszumessen ist, wie zum Beispiel ein rundes oder ein schräges Fenster, kontaktiere uns und wir helfen dir weiter. Deine Vorhänge werden dann in einem Schweizer Nähatelier auf dein Wunschmaß genäht. Noch ein Tipp. Falls du Hilfe brauchst, um den passenden Vorhang zu finden, bieten wir dir einen kostenlosen Vorhangservice in Form einer Heimberatung an. Einfach im Shop buchen und wir werden dich professionell beraten. Genieße die tolle Atmosphäre mit deinen neuen, maßgeschneiderten Vorhängen. Einfach im Shop buchen und wir werden dich professionell beraten. Und wir werden dich Five-Wunschmaß auf deinem, maßgeschneiderten Vorhängen.